Hallo, ich bin Martin. Hallo, ich bin Peter. Wer ist im Poolhaus? Das ist Martin. Und sie ist eine Freundin meiner Freundin Miriam. Und sie braucht Dedys Hilfe. Und Martin, was machst du? Ein Film. Peter hilft mir bei der Vertonung des Films. Woher weiß man, dass man den Richtigen gefunden hat? Ich weiß nicht, ob man es wirklich wissen kann. Es ist nur so, dass du es willst und dann schnappst du dir einen. Manchmal gibt es Menschen, die in deinen Augen glänzen. Meine Ehe ist sehr kompliziert. Ich will mit ihnen allein sein. Und wenn sie gehen, drehen Frauen sich zum Fenster und sind verwundert. Das geht jetzt wirklich zu weit. Du betrückst mich! Mando, du bist verheiratet! Ich sehe dich mit den Augen der glühenden Sonne. Doch du wirst nichts von dem erreichen, wonach die Sehnsucht dich treibt. Am wenigsten von allem mich. Mangel eingeladen. Lord, du bist lerin.